So, wieder da. Schau dir das an! Schau dir das an! Scheiße! Was machte du denn da? Was machte du denn da? Das wird laut so gut. Das wird so gut. Ich krieg keine Luft mehr. Oh, mein Bauch. Aua, mein Bauch. Laufzuholen. Oh, mein Gott. Was machte du denn da? Bei 1 Minute 40. Wie ihn der andere Passant jetzt aufhalten will. Eine Minute 50. Spuhl mal vor auf eine Minute 50 und schau, was er macht. Ich kann nicht mehr. Ich bin voll am Arsch. Mein Bauch tut so weh. Alter. Ich kann nicht mehr. Wie ich ihn schlagen will. Ja. Spuhl mal vor 4 Minuten, wie alle um ihn rumstehen und ihn dappen. Ein besoffener seinen Spaß. Was? Ich kann nicht mehr. Ist das geil, Mann? Was ist das? Alter. Wie kann man sich ausbreitend schon rumrennen? Und das hört ihm der Deckel über den Kopf. Ich habe einen Herzen. Ich auch. Alter, der Lachflash war jetzt aber episch. Hey, aufgenommen auch noch. Alter. Das muss ich mir nachher anhören. Der war ekel. Der war gut, oder? Bei 4 Minuten, wie alle er den reistet. Ja. Ja. Lol. Bei 7 Minuten 30 pennt er. Der pennt er auf der Straße. Lol. Der hat der genommen, Mann. Oh, mein Bauch, ey. Ich habe heute Lachflash. Ich auch, ey. OMG. Die SEK singt ein Lied. Leute, ist ein Scherz, oder Michi? Alter, der Ruski-Typ ist einfach nur noch best. Ich kann nicht, Mann. Wie er am Anfang auf dem Auto die Beine spreizt und pinkelt oder so. Ist das geil. Das ist richtig gut. Am Anfang habe ich mir auch erst mal gedacht, hä? Was macht der da, Alter? Atem. Wer hat mir die Beine spreizt? Hahaha. 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 Alter. Hauptsache. Das ist geil. Komm, die in so einem Fall Brugler nicht mehr aufwacht, oder was? Hahaha. 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 Das ist so ethisch. Hahaha. Das ist einfach nur gut. Ich muss doch immer lachen. Ich auch, Alter. Ich kann es nicht verkraften. Alter. Wie er so hüftisch schwingt, mit den Armen in der Luft, und über die Straße läuft. Hahaha. 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 Zieht hier den Russen rein. Hahaha. Hahaha. Der Schluss, der Anfang ist langweilig, spult vor bis 30. Hahaha. 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 Alter, aber die Leute sind so hohl. Ja, Alter, kennt ihr den? Kennt ihr den? Der ist so legendär. Kennt ihr den? Wenn ich das sehe, muss ich immer, ey. Das ist eine volle Stunde. Das letzte, wo ich geschickt habe, das ist so gut. Das letzte, oder? Ja. Also langsam kann ich echt nicht, weil mein Bauch tut so weh. Alter. Das schaut ihr für scheiße an. Das ist keine Scheiße, das ist einfach nur gut. Der Typ im Hintergrund. Alter. Mein Bauch, ey, das tut immer noch so weh. Der Typ im Hintergrund ist einfach so gut, wie er hochkommt. Alter, der nackte Typ bei 1,50 wieder aus dem Auto ausrutscht. Ja. Und dann aufzupackt. Wie er so auf das Auto springt, ne? Das ist so geil. Ich schaue es mir gerade noch mal an. Das ist so episch. Ey, das Video ist einfach so legendär. Das ist jetzt absoluter Burner. Alter. 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 Oh, Gott. Oh, Gott, das ist geil. Das war's für heute.